so ich zeige jetzt mal wieder eine einkanal montage geht mit dem atlantis 4x4 und zusammen mit unserer free cap viele leute sagen dass man mit der free cap recht schnell elektroden montieren kann das werde ich jetzt mal zeigen wir haben also hier drei elektroden für die einkanal montage die aktive ist hier die grüne die erdung ist schwarz und die referenz hier in weiß fangen wir mit der erdung an die darf man ja überall platzieren wo man möchte wir machen die erdung mal auf fp1 und fixieren die dort so dann machen wir die aktive elektrode die setzen wir in dem fall auf c3 wir wollen wetter hoch trainieren c3 festgemacht und jetzt machen wir die referenzelektrode auf das ohr beziehungsweise hinter das ohr hinter das linke ohr und befestigt es dort fertig so jetzt wird das ganze an das zwei kanal kabel angeschlossen hier von atlantis ein zwei kanal kabel und wir haben einmal die a1 elektrode das ist dann das grüne das wäre dann c3 die referenzelektrode auf r1 und oh entschuldigung das war die erdung ist falsch die erdung kommt natürlich auf den ground und unser referenz auf die r1 und schon erledigt